Hey Leute, hier ist wieder Dance 28 und das hier ist Dance 28 Tube mit einem neuen Video. Dieses Mal zocke ich Scribble.io und let's go. In der Fall habe ich mich umbenannt, für die, die, ähm, ich habe bisher schon mal Scribble.io aufgenommen, nun mal so. Und jetzt habe ich mich Dance 28 Tube genannt und mein Typ ist orange, wie mein Logo. Und guckt so ein bisschen gemein, weil ich immer so, weißt du, so ein bisschen gemein bin. Aber jetzt, let's go. Nein, keine Werbung, keine Werbung, keine Werbung, keine Werbung, komm. Komm, komm, kannst du mir nicht antun. Ey, warum machst du das, PC? Nur weil ich gerade gerülpst habe oder was, ey. Komm, es, warum, warum machst du so sein, PC? Das ist respektlos. Okay. Ja, let's go. Okay. Äh, das sieht aus wie ein Topf. Was ist das? Ja, ähm, also, das sieht für mich aus wie eine Herdplatte. Hä? Was labert der? Äh. Willst du mich verarschen? Ein Untersetzer. Ein Untersetzer. Da hätte ich niemals einen Topf oben gemacht, sondern dann vielleicht ein, ein Glas Bier oder sowas. Also, so ein Mass einfach. Und unten dann halt eben der Untersetzer. Okay, weiter geht's. Oh, hä? Äh. Kreis drehen. Nicht? Sag mal, du Affenmongo, zeichne mal gescheit. Übrigens, leider kann ich mich nicht hören. Leider. Du Wichser, alter. Du Wichser, alter. Hula, hup. Hula, hup. Was für ein Sch... Alter, was ist das? Das hätte ich niemals erraten können. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Okay, okay. Äh, 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 ähm. Das sieht für mich aus wie ein... Gerichturm. Was? Rutscherturm. Nee, alter. Tropokan, alter. Ah, du... Okay. Okay. Punze. Okay. Ja, 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 ja. Hey, was? Ey, geil. Ich hab die meisten Punkte. Äh. Äh, warte, was? Tschüss. Googeln. Googeln. Äh, warte, wie schreibt man das? Äh. Scheiße. Ich weiß nicht, wie man Google schreibt. Äh, ich glaub, dass einmal... Das... Ich, was du, das Google-Logo. Nein, leck mich. Ich hab keine Ahnung. Nee, Alter, warte, 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 warte. Äh. Ja. Erstmal schön die Startseite von Google malen. Nein, ich hab eine bessere Idee. Ich hab eine bessere Idee. Ich hab eine viel bessere Idee, Alter. Warte. Google? Google.com. So, danke. So. Geh. Oh. Ey. Ich war noch nicht fertig. Ich war noch nicht fertig, okay? Ich war noch nicht fertig. Du... Ich wollte gerade Google hinmalen. Ich hab extra die Seite geöffnet. Äh. Das weiß ich, Alter. Das ist... Das ist Pikachu, Alter. Das ist Pikachu. Wenn das nicht Pikachu, Alter. Dann ist es... Picasso. Scheiß Katze. Scheiß Katze. Scheiß Katze. Scheiß Katze. Ah, meine Zähne. Was? Na. Uh. Ja, das kann ich, Alter. Das kann ich. Rapper, Alter. So, da machen wir den. Zack. 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 Ja, Mann! Im Übrigen, falls ich so laut bin, dass ich da ranweicht, dass ich das Mikrofon direkt an meinem Mund habe. Echt? Hure. So. Was? Was? Du, du Wichser, Alter, du Wichser. Guck mal, das war Hals, Alter, du. Ich schwöre, dafür fick ich dich gleich so richtig, Alter. Guck mal, warte. Niederlande, Niederlande. So, was male ich hin? Erstmal schön Spongebob malen. Ah, ist er falsch. Und guck mal, die schreien da jetzt alle Spongebob hin. Und dann ist es komplett falsch. Weil da oben steht Niederlande. Das muss ich mir noch den Stingfinger zeigen. Dann noch so. Guck, ich fang mir nur so ein Pärtchen dran. Scheiße, ich bin so komisch. Und gleich werden sich gleich alle aufregen, dass es Niederlande war und ich Spongebob. Okay, zu viel gelacht. Hackfresse. Falscher rum. Ich hab's. Du Wichser. Ja, sorry, Mann. Sorry, sorry, sorry. Ich bin bei diesem Spiel immer so seltsam drauf, wie so richtig so Tourette mäßig. Aber ich mach weiter, ich mach weiter. Na ja, ich mach zumindest letzte Runde noch. Letzte Runde. Okay. Was kommt jetzt? Blut. Blut. Topfen. Blut. Pfütze. Nein, 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 nein. Okay, ähm. Toter Fleischkäse. Aber ich denke, wenn ich wieder dran bin, ich verarsche die Leute und schreibe einfach so hin. Danse als Achtube. Und YouTube einfach so Spaß, Eigenwerbung. Ja, ja, ist das aber egal. Ähm. Was ist das? Original, Alter. Einfach was. Du. Sprengstoff. Oh mein Gott. Ich weiß es. Zündschnur, Alter. Zündschnur, Alter. Zündschnur. Zündschnur. Wiff. Okay. Na, was mal der? Typ. Hackfleisch. Nasenbluten. Der hat Nasenbluten. Weil ich den Geschlein komme. Das ist, nee, das ist zu extrem. Das ist zu extrem. So, was malt der? Das ist ein Affenmongo. Das Video geht zu zwölf Minuten. Was? Was ist das? Okay. Zum einen sieht oben ein bisschen aus wie so ein scheiß Krüppel Bart Simpson. Nein, der Bart Simpson ist kein Krüppel, aber der sieht aus wie so ein Krüppelbart. Das ist ein Krüppelbart. Äh. Hä? Was? Was? Okay. Hä? Hä? Was ist das? Strumpfhose. Willst du mich verarschen? Hausnummer. Okay, Hausnummer. Hausnummer. Warte. Ich mache jetzt mal Homer Simpson. Die haben mich gekickt. Die haben mich gekickt. Okay. Yo. Das war's mir mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Im Übrigen. Ich fand diese Runde echt lustig. Aber auch nur, weil ich richtig scheiße gemacht habe. Wofür ich bekannt bin, war es Krüppel IO. So. Auf jeden Fall. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls dir dieses Video gefallen haben soll, dann lass ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen haben, dann abonniert diesen Kanal. Und drückt auf die Glocke, um keines wie neues Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Und ja. Ich bin kindisch. Bis zum nächsten Mal.